Ja, der Barisjör Kaffeewecker ist nicht mehr ganz neu, aber jetzt mit einem spannenden Zusatzprodukt erhältlich. Was es mit dem auf sich hat und was der Barisjör alles kann, schauen wir uns in diesem Video an. Ja, der Barisjör Kaffeewecker gibt schon ein Zeitchen auf dem Markt, ist im Prinzip eine ganz spannende Sache. Es ist ein Wecker, der gleichzeitig Kaffee machen kann. Das heisst, die Idee dahinter ist, dass man sich mit Kaffee wecken kann. Funktioniert wie ein klassischer Dripbrühe. Wir haben Wasser, das aufheizt, das nachher über den Kaffee ausgegeben wird und durchläuft. Das ist nichts Neues, aber was es jetzt noch dazu gibt, ist eine sogenannte Immersionskammer. Das bedeutet, statt einem klassischen Drip-Filterkaffee machen wir einen Immersionskaffee. Das heisst, man könnte den Kaffee mit dem Wasser ziehen lassen. Das gibt uns sicherlich mehr Kontrolle im Ganzen und verspricht uns somit eigentlich auch bessere Resultate in der Tasse. Und das ist doch ganz spannend. Ja, bevor wir uns das genau zusammen anschauen und mal so einen Immersionsbrüher mit dem Barisjör brühen, zeigen wir euch sehr schnell, was der Barisjör eigentlich alles kann. Spannendes Produkt, insofern, dass der Wecker eigentlich diverse Funktionalitäten hat. Ich kann einerseits entscheiden, ob ich, dass der Kaffee gleichzeitig mit dem Wecker brüht. Soll der Kaffee schon vorher anfangen zu brühen oder nachher brühen, so einen 5-Minuten-Schritt. Das gibt eine Möglichkeit, ob ich bereits mit dem Kaffee geweckt werden möchte oder vielleicht zuerst noch etwas verwachen muss, bis der Kaffee dann anfängt zu brühen. Man kann die Lautscherche vom Alarm verstellen, man kann natürlich auch den Timer für den Alarm und zum Uhr verstellen. Und eigentlich spannend wird es erst, wenn wir anfangen, die versteckten Features anschauen. Das ist ziemlich offensichtlich, was ein Wecker per se kann. Wir haben hier zum Beispiel ein verstecktes Milchreservoir, und zwar aktiv gekühlt. Das heisst, man kann ein Kühlmechanismus aktivieren, welches die Milch auf 5 Grad temperiert hält. Für die, die gerne morgen noch einen Schluck Milch oder Pflanzen trinken oder was auch immer in den Kaffee wollen, das heisst. Ebenfalls spannend ist, das kleine Schraubelel hier vorne mit einem Dosierlöffel. Das gibt uns die Möglichkeit, zum Beispiel Kaffee bereits vorgemahlen aufzubewahren. Oder, vielleicht für die, die lieber Tee trinken, ganz spannend, Tee. Ebenfalls ganz praktisch ist, dass man zum Beispiel, wenn man den Wasserbehälter entfernt und Milch rausnimmt, dann im Prinzip das ganze Brett auch wegnehmen kann und wie ein Serviertablar zum Beispiel aufs Bett nehmen kann, um den Kaffee zu trinken auf einer stabilen Oberfläche. Ebenfalls spannend auf der Rückseite haben wir einen USB-Stecker. Den können wir brauchen zum Beispiel so ein Ladegerätanschlüsse, was dazu gibt, ebenfalls von Barisseur in der passenden Holzversion, Farbversion abgestimmt. Das kann man dann natürlich brauchen, um sein Telefon wireless zu chargen. Aber zurück zum Kaffee machen. In diesem Fall ersetzen wir jetzt mal die klassische Trippbrühe mit dieser neuen Immersionsbrühkamera. Kaffee habe ich bereits gemahlen und abgewogen. Und ich habe bereits Wasser bis zur angegebenen Füllmenge in die Wasserkamera gefüllt. Die ist vor allem bei der Trippmethode sollte man die einhalten, damit es nicht überflüsst. Bei der Immersionskamera haben wir ein wenig mehr Spielraum. Da können wir auch ganz wenig über die Maximumfülllinie einfüllen. Aber das ist doch klar der Referenzwert. Wenn alles zusammengesetzt ist, können wir entweder natürlich jetzt unseren Wecker stellen und sagen, ich will gerne um die Zeit, dass das Gerät automatisch anfängt an Kaffee zu brühen. Oder was ich immer machen kann, auch jetzt in diesem Beispiel, ich sage einfach manuell an, fange jetzt an zu brühen. Durch den Make-Knopf drücken, halten, bis es das Geräusch gibt, um bestätigen, das Parisier-Logo kommt und dann beginnt ihr jetzt an aufheizen und Kaffee machen. Also das heisst, dass ich nicht auf der Wecker direkt angewiesen bin, ich kann jederzeit auch Kaffee machen, wenn ich spontan Lust habe. Das dauert jetzt natürlich ein Moment, bis die Wärme des Brüers das Wasser erheizt hat, bis es dann in die Brühkamera geht. Das lassen wir jetzt kurz durchspielen im Schnellablauf, während der Kaffee vorbereitet wird. Ja, wir sind fast soweit, das Wasser beginnt an blubbern, das heisst, jetzt kommt es hoch und wir sehen, wie jetzt dann gerade das Ganze anfängt zu brühen. Es hat hier ein kleines Überdruckventil, welches im Prinzip den Druck genauso reguliert, dass das nicht mit zu viel Druck rüberkommt, sondern schön gemächlich rüberflusst und dann das Wasser und der Kaffee langsam in Kontakt kommen, das wir jetzt hier sehen. Das Wasser beginnt, fängt an zu brühen, somit gibt es Kontakt und somit starten wir unseren Immersionsbrühen-Vorgang. Ja, und jetzt lassen wir das Ganze einfach so lange ziehen, wie wir gerne möchten. Der Herrscher schreibt auf der Verpackung drei Minuten als Beispiel, aber natürlich können wir das durchaus auch vier, fünf Minuten ziehen lassen, solange ihr für euren Kaffee oder Tee natürlich auch kürzer oder länger. Kein Problem. Das heisst, am besten nehmen wir jetzt schnell einen Timer, stellen eine Uhr und dann nach vier, fünf Minuten, wenn man sagt, jetzt ist gut, dann können wir unsere Extraktion beenden. Ja, und wenn unser Kaffee fertig gerüht hat, können wir im Prinzip einfach hier oben das Sieb anlaufen und den Kaffee abtropfen lassen. Und so haben wir eine perfekte Tasse Kaffee, zum Beispiel eben gerade am Morgen im Bett, für die, die gerne mit dem Becker und so auf dem Nachttisch arbeiten. Aber man kann es natürlich auch überall anders benutzen. Man kann es in der Küche brauchen, man kann es im Büro brauchen. vielleicht irgendwie den Timer auf Time-Pause stellen, um Kaffee bereit zu haben, wenn man ihn dann braucht für das Team-Meeting. Es gibt natürlich x beliebige Einsatzzwecke, auch wenn es natürlich die Original-Dwecker-Idee für das Bett konzipiert ist. Aber eine perfekte Tasse Kaffee, die man so geniessen kann. Immer ein sehr elegantes Design. Sehr hochwertige Sache, gibt es in der Farbe Schwarz und Weiss. Wie gesagt, zusammen mit dem passenden Wireless-Charger für das Telefon, den man anschliessen kann. Und ich würde sagen, das ist doch eine tolle Sache, die man für Kaffee und Tee-Genuss absolut empfehlen kann. Ist mal etwas anderes, nicht der klassische Kaffeebrühe. Vielleicht etwas für die, die schon alles haben. Eine gute Geschenkidee. Somit würde ich sagen, geniessen euren Kaffee aus dem Barisjörg, den es bei uns im Webshop gibt. Viel Spass und geniessen sie. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.